Oh, jetzt sind wir wieder hier am Start. Ähm, wir versuchen das mal. Also, ich habe das erst umgestellt, Thomas kann connecten. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Der Profur ist natürlich hier wieder mit einem Stizzle. Er hat erst mal gestartet, okay, gut. Das sieht man natürlich jetzt im Inneren nicht, okay. So, geht gleich los. Jetzt kann man wieder rumpingen, okay. Ja, okay, das geht jetzt. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss nicht neu starten, sauber. War das interessant? War richtig. Das hat man... doch, doch, das ist egal. Warten! Thomas! Der Micha, wir können gerne mal tauschen, du wißt, wie schwer das hier ist. Kann man ja nicht, wenn... mit deinem Russenbruder hier... Das Problem ist, in zweieinhalb Monaten hab ich auch noch das Problem. Mit dem bisschen dummen Rudern-Gelumpe von diesen kabelbasierenden Rudern, das ist total Bullshit. Ich hab dann irgendwie versucht, mir gebraucht, kabelbasierende Fritzbox zu kriegen, weil... Ich muss jetzt was mal... Ich muss jetzt hinten das Ding holen, oder? Ja. Und nach vorne bringen. Langsam, vorsichtig überlegen... Ja, sehr gut. Wollen muss jetzt das Ding packen. Wollen muss das jetzt packen. Muss ich das mitnehmen? Ich muss es mitnehmen. Ich muss es mitnehmen. Na. Ja, 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 ich muss es mitnehmen. Warte, 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 warte. Und du musst gleichzeitig das Ding aktivieren, schon richtig? Ne, musst du nicht einfach durchlaufen. Warte, hier, guck, hier, hier. Sieht eigentlich keine Rolle. Hier. Warte. Ich geh ganz hoch. Nein. Thomas. 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 Hinten, hinten hoch. Hinten hoch. Eine große Unge. Jawohl. Eine große Unge. Eine große Unge. Eine große Unge? Eine große Unge. E невel tree. Es wäre auch das Ding. Geht da rein Geht da rein Drücken Nein, komm hoch Oh nein Ah, das war das, ok 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 Warte, denk dran, denk dran, du musst überspringen Ja Oh Gott Ach, ja, wieder Thomas versagt Achtung, blüpp, und nochmal, Achtung und blüpp Achtung, einen Sprung und dann macht er blüpp, was darf? Einen Sprung und blüpp Achtung, nochmal, Achtung und blüpp Nochmal, Achtung und blüpp Ok, hab's geschafft, guck mal Jetzt bin ich dran, so Was heute, die Tür auf, du Idiot Danke Ich seh zu und lerne Na siehste, hm Ich muss wieder rüber Ich hab halt jetzt heute noch Warte, oder? So Hast du, bereit? Und Bei mir wird verbirgt bei der Hälfte, das musst du loslegen Ok, los geht's Nochmal 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 Wir haben's doch Ach so, darf ich doch? Darf ich doch? Ja Oh nein, das hat sich noch nicht den gediegen Wer geht wohin? Äh, du gehst runter Oh Ok, warte mal Was müssen wir nochmal machen? Was muss ich machen? Ah, ich bin komplett free, ok Nein, oh Mann Was muss ich jetzt machen? Ja, das ist jetzt die Frage Ok, da ist der geschützt Da kommt noch eins wieder runter Guck mal Guck mal, wenn ich hier so Kannst du mal bitte, guck mal Da, da ist ein Block, hier Ja Ja Ich brauch den, den Schussrhythmus Dann kann ich vielleicht schnell Nee, ah, doch Ähm Ach, Micha Was ist denn so, hm? Einfach Micha So Äh, scheiße Was ist, warum ging das jetzt nicht? Ich muss die Gravitation umstellen Ich muss die Gravitation umstellen, richtig Ok, warte, Alter Oh Scheiße Oh, ja Und los Ok, wärms, wärms, wärms Alter, 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 Alter Alter, Alter, Alter Der muss jetzt runter Ey, ja, ja Du musst zu mir runter, warte mal Lass den Akku, lass den Nein, nein, das Ok, ok Jetzt schieb ich den rüber So Du musst, geh da hinter, bleib da hinter Bleib da hinter, bleib da hinter, bitte Bleib da jetzt Nee, nee, bleib da hinten jetzt Ich muss jetzt den eingrünen, warte Ich muss den, warte Wo muss ich den jetzt hinschieben? Wo muss ich den jetzt hinschieben? Wo muss ich den jetzt hinschieben? Hier hin, oder was? Ok, super, ja genau So, dass wir da jetzt hier hoch können Ich kann jetzt schon hoch So Soll ich, warte mal, warte, warte, warte Ich soll ich aktivieren, oder Du musst mal rauskommen Wie kommst du da raus? Nein Durch die Hauptschwe- ich Äh, hä? Du musst hier ne Treppe hier hochbauen Dass du hier drauf drücken kannst Ok, ok, verstehe Moment Das krieg ich nur mit diesem coolen Stein doch Vielleicht krieg man, vielleicht krieg man es ja noch hin So, oder was? So, 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 so Ja, und jetzt geb ich dir den Block Ok, ok Bleib an der Ecke, bleib an der Ecke Ich kommst jetzt hoch Nein Oh nein Ich weiß warum Ich hätt den eins und den anderen erst cheepen sollen Ok, äh Wir wissen, dass wie's geht Das heißt, jetzt musst du die Arbeit leisten Ich muss erst mal joden, so Gut Gut Äh Mann Klickeklik Entschuldigung Ach, Schlag Ok, warte, 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 warte Du musst erst mal jetzt Ich, ich kann dir takten, dass das Warte nur, dass du loslässt Was? Du musst den Block switchen Aber du musst dir schon irgendwie Zeit geben Bist du bereit? Los Drei Warte Schuss und go Geht's so schnell Warte, 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 ich taste Warte, 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 du musst jetzt vollgassen du musst jetzt folgens machen du musst wenn es geschossen hat musst du loslaufen was muss ich jetzt machen wir müssen beide gleichzeitig loslaufen ich drücke drauf und tut es wünschen ach bist du bereit? ja ok und? warte 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 ich versprungen sag 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 noch nicht 3 idiot 3 2 1 und nochmal das schaffen wir so warte 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 ich schmecke nicht schieben nicht schieben ich muss man zuerst runter schieben damit dieser block da drauf landet stimmt warte 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 Thomas gibab bitte die Ecke damit die submernung abgelenkt hupp da er hat du mich hart.. das ist zu weit links ne ich muss oben drauf ich muss oben drauf Thomas deldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldoh 또 warte 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 mach schon warte du musst es wieder in die ecke gehen Geh wieder direkt, damit du geschützt am Abgelenk bleibt, ansonsten schnell der mich ab Gut, danke Bleib da, bleib da, bleib da Achso Jetzt was hart Muss jetzt da rauskommen Äh, na, Mann Wieso ist die Tür auf... Du hast die Tür zugemacht, du Idiot Nein, nicht dann dran Der Button hat einen internen Timeout Achso, äh Okay, dann müssen wir uns time Ach, Mann, scheiße Du musst dich eigentlich umtransformieren Bei Eins Okay Du musst dich wieder zurücktransformieren? Ja Warte, 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 warte Musst du erst den hier rum Ich zuerst Du musst zuerst Okay, du bist dran Okay Danke schön Äh, bitte zum Geschütztum gehen, damit du nicht abknallt Ja Warte, bleib da Jetzt kannst du rausgehen Dabei knallt er dich ab Nein, nein, guck, guck hin, guck hin, guck hin Okay Nein Wie gut Ich darf jetzt loslaufen, scheiße Oh Danke Drei Drei Eins Ist zuerst Okay 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 Geht du schon mal, äh, der Position Oder, äh Was heißt ablenken Bitte Warte Was denn du Krieg's hin, krieg's hin, krieg's hin Gleich mal abwarten Okay Okay Okay, komm, komm einfach, komm Okay Was denn du Wir müssen hier hoch Wehe, Micha Vorsicht, 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 okay Komm jetzt Oh Mann, scheiße, okay Also ich muss runter Drei Drei Eins Halt Ich zuerst Okay Okay, okay Warten 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 Ich darf sie gehen, jetzt darf sie mich nicht ziehen Gut, gut, gut Nein Ach, komm schon Du Lappen, ey Du altes Äh, du Lappen Hä? Was war das jetzt? Was denn? Da mir ist nichts passiert gewesen Ähm Achso Drei Eins Ich zuerst Bleib, 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 stein Äh Ja, ja, so ist das immer mit den Leuten hier Drei Drei Eins Ich zuerst Hä? Alter, Alter, taucht euch, was hat euch für ein Stopp, ich ein Stopp Halt Das krieg ich hin, das krieg ich hin Wurde mich verarschen Was war das für eine Stopp, ey? Gott, ich muss mal nachstopfen, ey Shit Drei Drei Eins Ach man Das darf doch nicht Spaß sein Ach dieses Level ist so behindert Wollen wir tauschen oder was? Achso, richtig Töte, komm Zwei Eins Achtung Eins Achso, Entschuldigung Äh Schlecht gezählt Zwei Eins Eins Go Warten, ganz langsam, ich zuerst Okay Gut, langsam Äh, gut Gut Warten Warte Warte auf noch eine Betätigung Okay 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 Du Bastard Geh weg, geh weg, geh weg Denk dran Ich time es dazu Ich lauf dann einfach durch Ne, 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 guck hin wie die Dinger sind Ich muss mich hype machen Ja, 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 ja Damit ich selbst noch Zeit habe Kann er trotzdem schon mal durchrennen So, also, soo Ich habe übrigens vergessen hinten Ich habe hinten vergessen den Scheiter zu aktivieren An dem Zeitling Warte Oh, gar, gar nicht, ey So behindert das Level, man Eins Warte Ja, okay Ich zuerst Okay, okay Warte Warten 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 Gut Ich muss den Knopf getragen, die bin ich vergessen Warte Knopf ist aktiviert, komm, komm, komm Oh, yeah Ach du Scheiße Wer geht denn das hier? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay, warte Das ist wenigstens ein Switch Das heißt Für einen kurzen Moment Muss man dann hier drauf drücken Für einen kurzen Moment Muss man dann hier drauf drücken Okay, pass auf Wir müssen Zuerst Wir müssen zuerst Pass auf, komm mal her Wir müssen zuerst den hier aktivieren Okay Das ist quasi der Der Finalstrunk Der wird aktiviert Durch diesen hier So Müssen wir mal hier nachgucken Hier So hier So hier Ach du Scheiße So, pass auf Sie haben 1, 2, 3, 4, 5 Sie haben 6 Buttons Von links nach rechts 6 Buttons Voll 1, 2, 3 Hinten 4, 5, 6 Ja, pass auf Das hier ist jedenfalls der Strunk Den müssen wir irgendwie aktivieren Und der wird aktiviert durch diesen hier Die blauen, die werden ja immer gehalten Egal was passiert Das heißt, wir müssen erstmal einmal aktivieren So Das heißt, wir müssen erstmal den einmal aktivieren Heißt, wir müssen erstmal den aktivieren So Der hier muss erstmal aktiviert werden Einmal Durch Durch den und den Guck mal Das sind Schalter Kannst du schalten Pass auf Also hier Das heißt Ah Das ist einmal der Auslöserstrunk Das heißt, wir müssen eine Kombination machen Dann auslösen Eine nächste Kombination machen Ich glaube, wir müssen gleichzeitig machen Ach, wir haben ein paar Taster und wir haben ein paar Hebel Das ist der Hebel Das ist ein Hebel Das ist ein paar Hebel Wir haben also vier Hebel und zwei Taster Das heißt, du bist der Tasterino und ich bin der Hebelino Ja gut, okay Was muss ich jetzt machen? Okay, wir brauchen Wir brauchen als erstes Ähm Lass mich kurz nachgucken Ähm Wir brauchen als erstes Den hier Und den Oder? Ah ne Okay Lass mich überlegen Was ist denn, wenn du jetzt hier so machst? Einmal reicht Was ist denn hier? Warum geht denn die Energie ganz nach vorne? Durch die untere Leitung Guck mal, ganz unten Ist ein T-Stück Ganz unten Ach, da tut nach ganz Ach so, da tut die Energie nach vorne weiter leid Okay Hm Mir ist doch ein T-Stück hier gleich Also das hier ist dann nur die T-Kreuzung Genau Was ist das hier? Was ist denn jetzt? Was wollen wir hier machen? Muss ich das ausmachen? Dann wird Dann ist das aktiviert Alles klar Okay Das hier darf jetzt nicht mehr verändert werden Oh nein Das ist so eine Rubik-Squeue-Scheiße Warte mal Das sind so Logik-Gates Pass auf Ähm Es kommt an einer Ecke-erländen-Retzungs-Tanz-Schaltung gleich Das müsstest du knacken können Das kann ich knacken Das, das brauchen wir Hier Wir brauchen als erstes Da oben Die Übergas Verschalter 1 bitte Den hier? Ja Okay Den haben wir Okay Ähm Als nächstes brauchen wir den Den final Den zweiten bitte Den hier? Ja Habe ich Bitte nochmal 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 Ich muss aber ein bisschen beobachten Was genau passiert Okay Wir haben dort den Und wir haben Dort den Bitte nochmal Mach Warum löchelt es dort nicht? Weil wir Kannst du bitte 1 und 2 aktivieren dann Ich will es euch jetzt ja Du hast 2 und 3 die 1 Mal Ich muss noch zusammen aktivieren 1, 2, 3 Hat nicht geklappt, weil Ich muss kurz nachdenken Die Energie geht da hoch Ah Okay Jetzt nochmal 1, 2, 3 Ich habe eine Selbstverzögerung hier Guck Okay Sollte geklappt haben Aber tut es nicht Weil Wir haben Pass auf Ich mach mal ein bisschen mit Also hier oben Der Strunk Muss versorgt werden Wird er durch den hier Warte mal gucken Nein Guck Ah Den hier Das hier braucht man Energie Heißt der muss aktiv Halt Da Guck Ja Jetzt bin ich dran Achtung Jetzt bitte Ja Aber der hier Der hier oben wird nicht Warte mal Warte mal Nix machen Der wird den hier oben Auch noch Ja Hier Ja genau Okay er ist aktiv Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Guck mal Es ist euch nicht schon fast alles Nee Der muss So Fertig Okay Ich bin geschafft So ne scheiß Das war die 30 vorgefertigten Level Ja ja warte Nein nein Da gibt es noch mehr Es gibt hier nämlich einen Schalter Mit irgendein Hebel gedrückt So wie art versteckte Levels irgendwie Muss man gucken ganz hinten ist ein Hebel Weiß ich nicht aber ich habe ganz hinten jetzt ein Hebel gedrückt Guck mal hier geht es noch viel weiter Ich habe das Gefühl wenn man Single und Multiplayer macht kriegt man hier Bonus Level Ich habe aber das Gefühl wenn man Single und Multiplayer macht kriegt man hier Bonus Level Aber wir können uns selber Karten bauen gell Ich weiß Heiß ein Hebel Sag ich doch Das ist aktiv Und wieder uns Ich werde damit tut man irgendeine Schaltung Warte mal Ah Was ist denn wenn ich den anderen tritt noch Der ist auch noch inner Stimmt Nee hier ist kein Hebel Warte Ich such mal noch den zweiten Hebel Kein Hebel So Knopf oder was auch immer Hier ist noch ein Knopf Drück mal weiter Drück mal los Drück mal drauf Habe ich Ich auch Ja passiert nicht Wo was passiert ist Ja ist ein Bonus Level aufgegangen Wo? Nach unten Hä? Was ist Was áreas Komm da oben Da oben Da oben Da oben Die oben Da oben Da oben Da oben Da oben Da oben Da oben Bist du Ich Hr Ist Du Ist Sü advoc 에서도 най der hochkampfen wie und die tue schicken Verdammt, ich weiß nicht, ah, du musst das Timing Pass auf, da gibt es einen Timer Eine Pfeife Warte, das geht, nicht kaputt machen die Dinge Wohl sein Pass auf, das ist nur eine Kotalität Verdammte Scheiße Lass mich raten Dirk vom Tausenden geworfen Oh super, ich kann auch was Geh, 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 geh Ich krieg schon, ich krieg schon Jawohl Achtung nur zwei, bitte Ach, alles klar Was, du? Einer hier Und einer Hier, ich hab Das haben wir jetzt viele Blöcke bekommen Warte warte, 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 habe ich jetzt können, was die gedacht sind die sind jetzt aufgegangen das war es ist nur eine spielerei bei dir ein die schnelle das war es so ein extra gewinke von den machern das muss schon irgendeinen sinn machen kann man sich damit irgendwie hochbauen oder so ne ich bin ja auch nicht da gibt es extra levels guck mal hinten ist ja 29 da geht es aber scheinbar weiter das ist ein singleplayer level ich weiß wir haben es geschafft Thomas wir haben multiplayer technisch alles aus dem spiel raus geholt ja wir haben es geschafft wir sind voll die helden das rätsel kapiere ich nicht das hier ist ein gimmick rätsel das ist so ein gimmick halt für die spieler wie bei jumpchat könnten wir uns jetzt gegenseitig levels bauen und dann andere das spielen oh ne kein bock ok Fazit wir haben es geschafft multiplayer technisch wir bedanken uns fürs zuschauen und ahoi ahoi ja 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 ja